hallo hallo schönen guten morgen ja ich habe noch weitere solche fertige auflieger rausgeholt diesmal gemacht hatte geprägt und mit ausstandsfensterchen sind ja auch alte prägerfolder von action und damit hatte ich damals geprägt und gestalt ausgestanzt so getestet und liegen noch und warten und da mir das mit dieser karte echt spaß gemacht hat diese idee mit dem kleinen fensterchen und schüttel element machen hier so sieht sie jetzt auch mit den steinchen noch aus ich hab da paar steinchen noch aufgelegt nimmt diese karte dachte ich mache ich auch noch diese ich hab da 44 verschiedene sind und sie sollen feuerwerk kann man ja für silvester und party und so weiter ich würde sagen silvester in neujahrskarte gut nutzen sind sie als schon diese prägerfolder keine ahnung wann war das denn jetzt lange her und ja das dachte ich möchte ich diese wieder so mit diesem flexiblen doppelseitigen schaumband klebe band wieder auch so machen ist ja einfach und deswegen dachte ich mache ich mal heute so ein video mit dem mit der technik ja ich habe wieder so einen streifen von das ist so eine drucker so eine laser folie laser drucker folie die hat so eine stärke nicht so ganz dünn wie die tütchen und die werde ich mal einfach jetzt zuschneiden und da brauche hier zwei stück der boden und drüber dann schneide ich sie dann dazu dass ich die so ungefähr unterbekommen dass die nicht zu groß sind auch nicht zu klein das ich schaue mal ob die hälfte reicht ja da kann ich auch zwei stück braucht man ja so so los wird gehen und noch eins dann habe ich für alle vier stück so als erstes ist ja folie da nehme ich immer das starke klebeband dieses schmale 3 mm so und das kommt erst mal drunter lieber nicht zu viel tatschen ich habe gedacht ich nehme noch diese antistatische pulver diese ja und so mache ich jetzt alle vier so genau so dann an der seite ist auch schon überschuss aber das ist nicht schlimm lieber so als dass die karte hinein guckt nennen deswegen das kann man ja um drehen dann so dieses bisschen das tue ich einfach so zurück so rein knicken und dann ist es auch drin weil da habe ich auch so ein überschuss weil sie zu nah an die außenkante gehen diese sterne und dass sie nicht über den stern geht dann lieber von außen habe ich dir so dann und dann es ist ja jeden auf leger das wird noch dann angepasst oder wie aber diese seite das ist eben wichtig dass man diese aber auch dann nicht vergessen sonst beim aufgeben dann guckt raus das habe ich noch ein stückchen das geht auch dann so drüber ja und dann passt es ok und wie die folie dann platziere das ist dann egal ich erstellte richtig ordentlich drauf so dass sie nicht nach außen weil drüber drum herum wenn es mal wo was klebt das ist nicht schlimm kommt ihr dann noch was drauf aber hauptsache dass man die das ist egal sind ja alle ähnlich ich schaue ich dass ich die gut bringe weil ohne ist so langweilig wenn man auch darunter was vielleicht legt aber die beweglichkeit die macht schon was aus so breiteres sind alle gleich das ist breiter habe doch nicht drüber kommen naja wenn es auch vorkommt kann man ja ja guckt mal dann ist ja schon was entstanden jawohl dann habe ich erst mal den boden und sozusagen die obere seite umgedreht ne schön sogar so gefällt mir schon macht sowas pippt auf genau und dann muss ich jetzt das wird ich habe ja diese rolle diese schaum streifen da drauf gemacht hat sich gezeigt und schneide ich dann so aus und ich glaube es würde gehen sogar ich mache mal ein stück das mittlere und dafür muss ich jetzt beide seiten abziehen erst mal dass sie so geschmeidig sind dass sie flexibel sich legen können drumherum so ich würde sagen ich könnte mal ich habe hier so silikon pinsel könnte man den dafür nutzen so und dann doch es geht eigentlich so kann man ein bisschen erländern ziehen aber lieber nicht nur wenn es sein muss dann macht man sie und so entsteht diese flexible umrandung dass man da einfach das so aufbringt stückchen ja dann kommt dann streu rein und wird zugeklebt ich glaube ich mache mal lieber sofort was kommt denn da rein ich glaube ich habe da einige er muss so ein feines zeug sein weil das ja diese das so blaue sternchen ganz minimal so da habe ich habe ich bin die pinzette geholt und wir haben schon ganz vorsichtig weil sehr offen alles so dann vielleicht noch ein großen stern ob der stört oder nicht weiß ja weiß so diese herzen sind auch sind so wie holographisch oder wie heißen die die risierend hält auf auch schön drinnen bleiben das ist echt so eine schöne Arbeit da habe ich noch so ein dunkles lila nicht so viel das ist so weil vieles sich noch da an den land wird hängen das ist ebenso weil klebt ja deswegen kann man ein bisschen mehr rein tun ja ich würde sagen das reicht erst mal so große sachen da ist sogar ausgestanzt hatte ich mal aus kartsdruck auch da drin ja weiß nicht soll ich noch ein grünes blümchen ne das reicht ne so genau dann kommt die folie drauf und ja so ist es schon jetzt ein fensterchen fertig ne schön fest drücken dass die klebeschicht richtig gut verklebt ist ne naja so nächstes da habe ich noch angefangen so dann ja und auch mit den streifen ist echt gut da kann man ja gut zuschneiden ich schneide immer so ein viertel aber ich glaube bei den sachen du doch okay so vierte und dann schneide ich den streifen mal ganz durch ja da wieder die beiden seiten beiden abziehen ne und so flexibel die wenn da so die klebeschaumbänder auflegen das ist ja mit ja 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 das wird ja eine arbeit ne aber ja sonst ohne vielleicht kein preis ne ist das und dann obwohl doch es geht locker schnell hier keine offene stellen sind so gut ja und da werden wir auch wieder mit der pinzette ja wo war ich jetzt ach so das war das mit den blümchen ich habe ja diese genommen ja da sind diese manche sind verklebt noch ne da muss man erst mal schauen dass man auch diese diese na komm sind so dick so zu bekommen ne das ist dann sind sie dann kleben sie ne wenn man mit den händen anfasst das ist auch so seine sache ist auch so seine sache na komm ja befehle ich so dann habe ich noch auch so eine feine habe ich noch so feine sternchen habe ich ja auch da woher kann ich jetzt gar nicht sagen gibt es ja alles mögliche wo man so was gekauft hat und dann wieder schön andrücken dass die ganze klebeschicht verklebt mit dem auf leger und mit der folie ne so na guck mal hier hätte ich auch mehr machen können da habe ich schon etwas mehr so schön ne ich kann hier schon noch umdrehen ja ja der ist beweglicher wo weniger drin ist aber der tut sich noch das muss noch ja super warte mal warte mal warte mal unterlegen ne so kann man schon was sehen ja ich finde mit so einem teil ist es viel schöner die karte lebendiger lebendiger ne da habe ich zu viel genommen da habe ich eher nicht genommen naja okay so Nummer 3 so langsam ne komm ich voran ja 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 viele sind ja auch der meine oh ne so Fummelarbeit ne stimmt auch das ist wahr das ist es ja und dann noch eins eigentlich ist gut verteilt finde ich diese sterne so ausstanzungen ne und die kann man auch selber dann machen wenn man mag ne Herzchen Sterne oder welche Motive auch man mag ne und dann also mini ähm Schüttel-Elemente machen ne ist auch möglich so dann habe ich so ein kleines Stückchen noch und dann kommst du da noch so ja und das noch hm doch so befüllt dann kommst du noch drauf immer schön festhalten ne dass man nicht da ja ja da sieht man das sind manche sind ja richtig verklebt ne guck mal war einer und das sind äh die glaube drei sogar ineinander so zusammen gepresst die werden so wahrscheinlich so ausgestanzt ne guck deswegen ist es so manchmal zu dick muss ich dann gucken so ihr Lieben guck mal so da will ich mal ein äh weißes Blatt unterlegen und so so ne so Highlight und es hört sich an gut ja und das kommt drauf an was man drunter mag äh vielleicht so ne ähm Silberfolie guck mal die macht das echt ne hammer hammer oder weiß und das tut schon was und dann kann man ja unterschied oder guck mal wenn ich rosa unterlegen ne kann man auch dann die sehenden anders aus wieso wenn man das äh variiert ne ne das ist die eine karte ja mal schauen dann mach ich auch noch weiter so das ist nun dieser tipp zum tier mit tipps und tricks was wir so äh äh feinarbeit ne der bastler macht so um ein projekt dann weiter zu gestalten und fertigstellen oder auch erweitern ne ja doch guck da sieht's so aus und davon ja und dann mit klebe äh schaum klebeband wieder äh so äh 3d mäßig aufkleben ne ne finde ich echt schön da kann man noch steinchen oder ein motiv noch mal gucken wo ich die dann nutzen werde so ihr lieben das war's dann danke fürs zuschauen und bis demnächst tschüssi